So, hallo Leute und willkommen zu meiner Show. Und hallo, Herr Rulic. Wir sind heute in der Kindertagesstätte. Wir sehen current viele Kinder. Hier ist dunkel, niemand. So, ich darf jetzt mal ein Gesicht zeigen, weil ich zähle und darf mich nicht umdenken. Also wartet kurz. Hier steht die Zeit oben nach der Kamera. 30 Sekunden müssen vorbei sein und dann darf ich loslegen. Geduld. Oh, Geduld. So, die Zeit ist offiziell abgelaufen. Jetzt dürfen wir in die Aktion rübergehen. Oh, geht nach Suchen. Oh, geht hier jemand? Nein. So. Nein, niemand. Schirr jemand? Nein. Nein. Ich habe sie lachen gehört. Ich versuche mich im Moment durch das Loch hier durchzuzwingen, aber lasse ich mich jetzt die Kamera abstellen. Ohne Erfreulich. Wieder da. So, bis jetzt habe ich keinen von denen gesehen. Wo könnten sie sein? Ja, Marlon, komm raus. Mann, ich habe ordentlich zoomt. Ich kann zoomen. Kevin, du kannst auch rauskommen. Warte, lass mich mal rutschen. Wui. So, warte mal. Geh mal rutschen. Wui. Wusch, Kevin. Was? Ja, warte. Leute, wir haben ihn nicht gesehen. Geh weg. Wo kann er sein? Kevin, ay, no. Ich kann nur noch den Kamera. Oh, Kevin. Ich kann nicht. Vielen Dank. Vielen Dank.